Shalom Aleichem, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, liebe Freunde, liebe Gemeindemitlieder, liebe Zuschauer, wir werden heute gemeinsam lernen und durchgehen dem Seder von Pesach, Lel HaSeder. Lel bedeutet Nacht und Seder bedeutet Ordnung. An dieser Nacht von Pesach gibt es eine Ordnung von der Masoret, von der Tradition, von jahrelang und wir haben ein Buch, Haggadah Shel Pesach. Und wir werden einfach Step by Step die ganze Haggadah lernen, um zu erklären, was soll man machen, wie soll man machen. Pesach ist ein Feiertag, wo man soll erzählen, singen, essen traditionelle Speisen. Das ist eine Erinnerung dem Auszug von Ägypten. Am Israel waren dort 210 Jahre mit einer bittere Sklaverei. Und beim Ausgang haben wir ein Opfer gegeben und Mazot gegessen, ungesäuertes Brot. Deshalb, ganzen Pesach essen wir Mazot und kein Chamez. In dieser Nacht von Pesach sitzen alle, die zu Hause sind, mit der Haggadah Shel Pesach und wir werden einfach Step by Step alles machen. Zuerst, die Frauen zinden Kerzen und wenn es keine Frauen zu Hause da, dann sollen Männer auch Kerzen zinden, mindestens zwei. Un zagen die Brache. Und die Brache. Baruch, Atah, Adonai, Elohainu, Melanchthea Olam, E'shrer Kiddashanu, Bem,ützevotav, Wetzwivano, L-Handlik, Nair, Sh'el Jom Tov. Und die zweite Brache, Und danach geht es zu dem Reihenfolge von dem Seder. Es ist beim Anfang von die Agadä. Hier gibt es alle 15 Reihenfolge von der Agadä. Wir werden euch vorsingen die ganze Ordnung von der Agadä. Und man macht auf den Tisch eine Schüssel. Wenn jemand keine Schüssel zu Hause hat, soll er einfach eine Tuchserviette oder einen Teller nehmen. Und auf dem Teller soll er die sechs Symbole vom Pesach legen. Oben rechts, auf der rechten Seite soll er liegen, ein gebratener Knochen. Das heißt Zroah, eine Knochen ohne Fleisch. Zroah als Erinnerung von dem Opfer vom Pesach. Und warum heißt das Zroah? Weil Hashem hat uns rausgenommen mit Zroah Netuja. Hashem hat uns rausgenommen mit Zroah Netuja. Also rechte Seite oben bei dem Seder. Hier, seht ihr, das ist der Zroah. Zroah kommt rechte Seite oben. Leicht zu merken. Die andere Seite parallel ist ein Ei. Ein hartes Ei gekocht. Und der Ei soll ein bisschen schwarz sein. Dann kann man nehmen, Maches, also Streichhölzer, und ein bisschen dem Ei verbrennen. Soll sein eine schwarze Farbe. Streichhölzer. Nicht Streichhölzer, wie heißt das? Diese Matsch. Mezit. Und machen so ein bisschen Rot. Rot soll sein Feuer und soll werden schwarz. Und der Bezah, die Ei, erinnert uns, wenn die Zeit von Beta Mikdash war, hat man gegessen Korban Chagiga. Es war ein Opfer. Zusammen mit dem Korban Pesach. Und das hat man gegessen vor dem Pesachopfer. Damit soll man den Korban Pesach essen, wenn man schon satt ist. Soll sein Al-Asova. Darum heißt das Chagiga Tarbasar. Also eine Freude von dem Fertzen. Wir wiederholen. Hier oben rechts ist der Zohar, der Knochen, zum Korban Pesach. Sicher, als Erinnerung von Korban Pesach. Andere Seite Bezah, Ei. Ein Ei, hartes Ei, als Erinnerung von Korban Pesach. Chagiga. Jetzt kommt das. Maror ist Salat. Und drinnen ein bisschen geriebene Meretisch. Warum Maror? Maror ist bittere Kräuter, bittere Salat. Weil die Mitzrin haben unsere Leben verbittert haben in Mitzrein. Das ist Maror. Maror ist unten die zwei Opfer. Also rechte Seite die Zohar, Knochen. Linke Seite Bezah, Ei. Und zwischen Maror. Also Salat mit ein bisschen Meretisch drinnen. Unter dem Zohar von der rechten Seite gibt es Charosset. Charosset ist eine Art von so wie Nachspeise, Liftan, ein Kompott. Das ist gemahlene Apfel, Nüsse, Birne, bisschen Wein. Wenn jemand macht das zu Hause, soll er drinnen mindestens legen ein bisschen geriebene Apfel, geriebene Nüsse, ein bisschen roter Wein, ein bisschen Birne, ein bisschen Zimt. Also jeder nach seinem Geschmack. Und das ist das Minimum von Charosset. Charosset soll aussehen wie eine Zimt unter von Korban Pesach, um zu erinnern, wie sie haben schwer gearbeitet mit Lehm und Zimt und alle Methoden von alter Arbeit in Mitzrayim. Pesach ist auch Zeit von Frühling, die Zeit von Blühen und man will, dass die Kinder auch wach sein und Fragen stellen. Und deshalb man legt auf die linke Seite auch Karpaz. Karpaz ist eine bestimmte Gemüse. Manche nehmen Radiesien, manche nehmen Petrisilie, manche nehmen Kartoffel oder Zwiebeln, aber soll sein irgendein Gemüse, wo man sagt später Bore Priya Dama. Warum soll die Kinder nicht schlafen und sollen sie neugierig zu fragen, was ist diese Gemüse, wo man macht Disinfektion in Salzwasser und Karpaz heißt 60 Paarich, also es ist in den Buchstaben zeigt, dass so viele Juden waren in Sklaverei. Und unten nennt man ein Stück Meretisch und das ist Chaseret, also da legt man Maror und da legt man Maror. Man kann im Prinzip jeweils legen Salat mit Meretisch drinnen. Also das ist die Seder Platte, Kearat a Seder. Es gibt am Pesach Abend essen wir drei Matzot. Es stehen auf dem Tisch bei dem Kearat drei Matzot. Drei Kohen Levi Israel. Es gibt im Jüdischen Volk drei Stufen Kohen Levi und Israel. Und man trinkt auch drei Matzot und vier Becher Wein. Man trinkt vier Becher Wein. Welche Wein? Oder Süße, aber Süße macht Kopfschmerzen oder Trockene, die die mögen oder Kinder und Jugendlichen können auch Traubensaft trinken oder wie meine Kinder machen, sie mischen Traubensaft und Wein. Und warum vier Becher Wein? Weil es zeigt die vier Stufen von der Erlösung. Wer zählt, ich werde euch Reis nehmen von Mitzrayim, ich werde euch retten, ich werde euch erlösen und ich werde euch nehmen zum Volk meine Tora zu lernen. Dann nimmt man eine Becher volle Wein und man macht dem Kiddush, ich werde euch dem Kiddush vorsingen. Tora 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Amen. Das war's. Bezirah Jetzt nimmt man einen Becher mit einem Gefäß und entweder gießt man von einem Glas zu dem anderen, so eins, zwei, drei und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn, also oder mit dem Finger auf eine Serviette. Also, wir haben keine Schadenfreude, wenn jemand leidet, tut uns weh und hier haben die Plagen bekommen, wir zeigen, dass unsere Freude ist nicht vollkommen, wenn jemand hat noch davon gelitten. Und dann gießt man Wein, sagen wir, das ist Wein, und man macht so. Und dann gibt es ein Eiselsbrücke für alles. Dann soll man noch einmal gießen Wein. Und weiter die Agadah zagen. Und dann sagt er, 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 Und dann nimmt man eine halbe Matzah, trinkt man mit Salz und sitzt man ein bisschen angelegt, anlehnend und soll jeder einer von den Mess'ubim auch essen. Danach nimmt man 26 Gramm bittere Kreute mit Salat und mit ein bisschen Charroset und soll er auch denken über den Maror von dem Koirich und nicht reden bis dem Sandwich. Und dann ist man diese 26 Gramm meretisch oder Salat auf die und man bleibt so ohne zu lehnen. Und dann nimmt man ein Sandwich. Man nimmt man zwei Schickl, matzah. Lekt man drinnen abissel Salat, abissel Meretisch, abissel Kharoset. Und man sagt, Das war's. Salzwasser und dann beginnt Shulchan Oreh, die Hauptspeise. Es ist traditionell zu essen, Fisch, Suppe und Hauptspeise und danach Epsa Kompott. Und danach macht man den Birkat Amazon, die normale Birkat Amazon, Baruchat Adonai. Die ganze, das werde ich jetzt nicht vorsingen, das kennt ihr schon. Wir werden nach dem Birkat Amazon noch einmal füllen ein Glas, also trinken ein Glas und sagen, und man gießt den Becher von Elijau, zu glauben, dass Hashem genauso wie damals Genau so wie damals, Hashem hat uns gerettet von Mitzrayim und hat uns auch retten, und schicken Elijau an der Bibel, wenn man öffnet die Tür, weil es ist eine Lel-Schimurin gewesen, und von Dizem Emona, Hashem wird sein. Zorren, wegwerfen auf alle, die Hashem ignorieren. Schuhe ich amuscheu elagoyim, asher lo yudauucha, wahl Mamelakot, asher b'shemcha lo karao. Zorren, wegwerfen auf alle, die Hashem und hat uns gerettet von Mitzrayim und hat uns gerettet von Mitzrayim und hat uns gerettet von Mitzrayim. Zorren, wegwerfen auf alle, die Hashem und hat uns gerettet von Mitzrayim 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 und hat uns gerettet von Mitzray ZANG EN MUZIEK 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 Nesemah et kolchai, tibarik et Shemcha, Adonai Eloheinu Veroach kolbosat, tefeer und tehromam Zichracham, Alkainu, Tamiid, Mena Aulam, Vod Haulam, Ata El Umebeladich, Eil Anu, Melach, Goel, Umochia Podeo, Metzil, Veonao, Merachem, Vekol Aet, Zara, Vetsukar Eil Anu, Melach, Ozer, Vesomach, Eila Ata Eilohi Arrishonim 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 und wir sind kalt und kalt und kalt. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Und danach sagt man eine Brachung des ZDF auf die Geffen und auf die Geffen Anschließend singt man Lieder, die man kann eine Brachung des ZDF Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Amen